Alex Schmidt, Doppelsieg zuhause gegen die Stuttgart Reds. Blicken wir ganz kurz nur 10 Minuten zurück. Walk-Off-Single, 2 zu 1 Sieg. Was ein Baseballspiel heute. Ja, unfassbar. Also, heads off zu denen. Also, deren Pitcher hat letzte Woche schon ein super Spiel geworfen. Als ob es nicht eh schon kalt genug ist. Schon kalt genug, ja. Der Pitcher hat ein super Spiel geworfen, auch letzte Woche schon. Und es war einfach ein Battle da draußen. Auf Seiten der Legionäre, Scott Harkin, auch wieder ein super Spiel gehabt. Dann Pascal Amon reingekommen, Nick Micelli, dieses eine wichtige Aus noch geholt im 9. Inning. Gestern auch schon die Pitcher wieder gut gewesen. Ihr funktioniert als Team im Moment. Ja, überragend. Also, der Scott, was der heute schon wieder geleistet hat, das kann es keinem erzählen. Dann der Pascal. Für ihn freut es mich besonders, weil er jetzt neu in der Pitcher-Rolle ist. Kommt im Thai-Wallgame rein und hält da quasi die Null in dem Moment oder die Eins. Und auch der Nick ist halt unser Feuerwehrmann am Ende, ja. Ihr seid weiterhin vorne in der Tabelle. Es funktioniert. Ihr müsst es eigentlich nur konservieren. Aber das sagt sich viel leichter, als es ist, glaube ich. Ihr werdet weiter jeden Tag hart arbeiten. Ja, gut. Wir blicken noch nicht zu weit nach vorne. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel. Wir sind zwar gerade oben. Das kann sich schnell ändern im Baseball. Wir wollen einfach immer das nächste Spiel gewinnen. Dann viel Erfolg für nächste Woche. Und wir sehen uns hier in einem in Wolferin dann in zwei Wochen wieder. Danke dir, Alex. Dankeschön.